Als Bauzeichner zeichne ich zum Beispiel Lagerpläne, Obersichtpläne, Schnitte. Mein Name ist Mohamed Osman. Ich bin seit sechs Jahren in Deutschland. Habe ich meine Ausbildung hier bei Bremenboots abgeschlossen. Ich arbeite bei Bremenboots als Bauzeichner. Nach meiner Arbeit koche ich sehr gerne mit Freunden. Am liebsten koche ich Basta selber. Ich arbeite gerne hier bei Bremenboots, weil ich mich hier zu Hause fühle.